Herzlich Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf unserem Kanal zu vorn gleich. So Leute, Epic Games hat uns einen Creator Code gegeben. Ihr könnt den Eintragen unten rechts im Itemshop sofort U gleich TTV, dann auf Annehmen drücken. Es unterstützt uns sehr und ihr zahlt keinen einzigen V-Bag drauf, sondern unterstützt uns kostenlos. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Wir gehen in den Itemshop vom 22.08.2019. Wir haben einen neuen Skinshop und eine neue Lackierung und einen neuen Emote. Also wir haben heute drei neue Sachen und vier neue Sachen. Zwei neue Lackierungen. Jawohl. Ja und natürlich auch ein kleines, klitzekleines Gameplay zu der verderbenden Reise. Lasst euch überraschen. Ja, lasst euch absolut überraschen. So, also wir fangen jetzt mal an mit dem Farbenbomber, also mit dem Darkbomber. Und der kriegt von mir eine Benotung von 10%. Natürlich. Farbenbomber, Klassiker, für 1200 V-Bucks, 10 von 10. 4,36 von 5 bei 154 wurden wir zum ersten Mal am 5. Oktober 2018 im Shop gewesen. Seitdem 10 mal und 475 will man das. Und dann kommen wir zum Donnerrost. Da hauen wir mal drauf. Sieht Ohr. Mega krank. Diese Picke ist für mich die beste Picke im ganzen Spiel. Ja, ich weiß nicht. 10 von 10. Ja, 11 von 10 kriege ich von mir. Aber ich weiß nicht. Ich will mir die eigentlich schon die ganze Zeit kaufen. Ich auch. 4,495 bei 68 wurden wir zum ersten Mal am 5. Oktober 2018 im Shop gewesen. Seitdem 10 mal und 125 Reminders. Glüh für den Dunkelheit. Ja, obwohl es ein Standardgleiter ist. Allein diese Effekte, wenn er aufklappt, sind mega geil. Kriegt von mir 7 von 10. Von mir auch. Das für einen Standardgleiter ist echt viel. 4,355 bei 68 wurden wir zum ersten Mal am 5. Oktober 2018 im Shop gewesen. Seitdem 12 mal und 7,50 Reminders. Blutroter Speer. Ja, gut. Ist jetzt nichts Besonderes. Für 800 V-Bucks kriegt von mir 5 von 10. Von mir 3 von 10. 2,865 bei 29 wurden wir zum ersten Mal am 25. Februar 2018 im Shop gewesen. Seitdem 16 mal und 16 Reminders. Dann kommen wir zur roten Verteidigerin. Skala, Defender. Ja, Kultz in. Kriegt von mir und gerade hier mit den Mützchen finde ich die besonders cool. 7 von 10 oder 8 von 10. Ich gebe auch 8 von 10. 3,995 bei 88 wurden wir zum ersten Mal am 25. Februar 2018 im Shop gewesen. Seitdem 28 mal und 108 Reminders. Dann kommen wir zu langsamen Klotschen. Kann man immer gebrauchen. Du hast das sogar. Klar. Kriegt von mir 9 von 10. Von mir 10 von 10. Für 200 V-Bucks. Bester Verhöhungse-emote. 4,55 bei 20 Volt zum ersten Mal am 15. Dezember 2017 im Shop gewesen. Seitdem 22 war noch ein 51 Reminders. Sexy Schrecklage. Kann ich mich auch daran, damals als wir angefangen haben oder als ich das erste Mal mit euch Fortnite gespielt habe. Da habt ihr das schon gemacht. Fand ich ziemlich cool. Also sehr, sehr alter Emote. Für 500 V-Bucks kriegt von mir. Ist aber auch zum ersten Mal 2018 im Shop gewesen. 9 von 10. Von mir 10 von 10. 4,55 bei 18 Volt zum ersten Mal am 5. März 2018 im Shop gewesen. Seitdem 25 mal und 43 Reminders. Dann kommen wir zu dem Weißen Drachen. Oh ja, jetzt zoome mal bitte ein bisschen an das Run an das Ding. Sieht irgendwie geil aus. Und klick mal durch. Und das Ding sieht schon, diesmal sind auch die Grafiken besser zu erkennen. Und das finde ich, sieht ziemlich gut aus. Gefällt mir sehr gut. Ich kriegt von mir 9 von 10. Von mir auch. 4,55 bei 2. Aber wo sind 3,5 mal das? So, dann kommen wir zu Mondhüpfer. Der Mondhüpfer sieht sehr strange aus. Ich finde es witzig. Für 500 V-Bucks. Ein kleiner Schritt für einen Menschen. Fortbewegung. Ja, kriegt von mir 7 von 10. Ein Mensch. 8 von 10. 5,55 bei 1 Volt und 5 Reminders. Dann kommen wir zu dem Verderbt. Klick mal da bitte durch und zoome mal an. Zoom mal an. So. Ich finde die geil. Sieht auf jeden Fall mega krank aus. Für 500 V-Bucks. Kriegt von mir 10 von 10. Von mir auch. Eine Benotung von 3,75 bei 4 Volt. Und 0 Reminders. Dann kommen wir auch schon zu Verderbten Reisenden. Für 1500 V-Bucks. Und die hat eine Benotung. Oh. Die müssen wir erstmal bewerten. Wie viel gibst du da? Oder sollen wir erstmal drehen? Zoom an die ran. Genau, Zoom an die ran. Also erstmal haben wir auch wieder so eine Art Totenkopf vorne drauf. Oh, der Backpack sieht auch geil aus. Hinten beim Backpack ist so eine Art Krake. Das ist Starkweil. Die war... Hm? Was ist das? Das ist Dark Voyager. Das ist typisch Dark Voyager. Natürlich ist es Dark Voyager. Nur halt mit Effekten drauf. Und eben hinten dieser Krake als Backpack. Und Leute, ich habe ja gesehen, Herr Gleich mag ja auch diesen Junk Rift. Aber Leute. Epic sagt zu uns allen, der Junk Rift ist dazu da, um die Mechs zu zerstören. Ja, ich habe ihn ja bis jetzt noch nicht gespielt. Wollt ihr mich veräppeln, Epic? Das ist nicht euer Ernst. Diese Teile bleiben nicht mal an den Robotern haften. Der Roboter muss nur einmal Schiff zu drücken und er ist schon weg aus dieser Druckwelle. Der kriegt gar keinen Schaden. Dieses Ding ist einfach nur dazu gedacht, um von anderen Leuten die Gebäude runter zu schießen. Das ist einfach, das Ding ist, sorry Epic, aber das kann doch nicht euer Ernst sein. Ihr denkt doch nicht wirklich, dass alle so blöd sind. Ja, ich kann es nicht beurteilen. Ich habe das Ding bis jetzt noch nicht gespielt. Also ich habe einmal gehabt, aber ich habe damit vorhin auf Roboter geworfen. Das hat nix gebraucht. Nein, bringt es doch nicht. Oder die Roboter. Ich habe die dann doch lieber abgeschossen. Ja. Macht doch keinen Sinn, dieses Ding zu benutzen. Ja. Erstmal benutzen. Finde ich mega cool irgendwo. Kriegt von mir einen 9 von 10. 9 von 10 von mir auch. 4,17 von 5 bei 6 Worts und 0 Miners. Jetzt müssen wir noch den Shop bewerten. Ne, erstmal dazu haben wir, wie schon vorhin angesprochen, noch ein kleines Gameplay. Jetzt oben rechts in der Ecke verlinkt, wenn es euch interessiert. Also ich finde den ziemlich cool, den Shop. Von mir klickt er rein. Loved. Von mir auch. Cool. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben. Da used unseren Supporticredi-Code. Soforto-Gleich-JTV. Auf Anhem drücken. Hier oben ist Miners. Macht keinen Sinn. Bis dahin. Warte rein und tschüss.